Der Hochspartner ist eine große Region, wir haben viel zu bieten. Unter anderem läuft es eine sehr interessante Fotoausstellung eines weltberühmten Fotografen Manfred Baumann in Schlucksee. Sehr sehenswert anzuschauen. Oder nächste Woche zum Beispiel gibt es ein großes Festival an der Hochfürstschanze mit dem Schwarzwaldmädel. Also was Typerisches kann man sich gar nicht anschauen als die Operette der Schwarzwaldmädel. Oder Orso, ein Rock-Symphonie-Orchester in Flammen. Oder Hansi Vogt, unser Hochschwarzwaldbotschafter mit vielen Freunden aus der Volksmusik, gibt sich auch ein Stelldicher einen Abend an der Hochfürstschanze. Praktisch das Pendant, eine Naturschanze und dort gibt es Freilicht Veranstaltungen. Also herzlich willkommen auch zu diesen Veranstaltern.